Die Artion Installations GmbH ist ein klassischer Installationsdienstleister für AC-Installationen von Wallboxen und AC-Installationen von PV-Anlagen, insbesondere bei Privatpersonen. Unsere Auftraggeber sind in der Regel große Energieversorger, Stadtwerke, die sich mit dem Thema erneuerbaren Energien beschäftigen. Darüber hinaus klassisch Firmenkunden, die einen entsprechenden Fuhrpark haben, der elektrifiziert werden soll, oder aber auch entsprechende Autohandelshäuser, OEMs oder auch Softwareanbieter, die entsprechende Plattformen am Markt platziert haben, die dann in der Konsequenz die entsprechenden Dienstleister für die Installation suchen. Die USP, die eine Artion Installations GmbH ihren Mitarbeitern anbietet, sind flache Hierarchien, dezentrale Strukturen, feste Arbeitszeiten. Der Mitarbeiter hat keine entsprechenden administrativen Tätigkeiten zu machen, sondern er konzentriert sich rein auf die Installationsdienstleistung und das über diesen industrialisierten Prozess. Und zudem gibt es entsprechende Benefits, die wir als Artion Installations GmbH den Mitarbeitern zur Verfügung stellen können, die sie sonst in einem Elektriker-Handwerksbetrieb nicht bekommen können. Wenn Sie Teil der Artion Familie werden möchten, dann wenden Sie sich an die entsprechenden Kontaktdaten. Wir würden uns sehr freuen darüber. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.